Wie lange bist du mit der Geisterfabrik hier? Ist das dein Geschäft? Ja, von uns, mein Mann und unsere Familie zusammen. Bist du selber, kommst du selber aus einer Schaustellerfamilie? Ja, genau. In der wie vielen Generation? In der 8. Generation. Hi, gerne. 12 Euro bitte. Bitte, viel Spaß. Was habt ihr denn vorher für ein Fahrgeschäft gehabt? Wir hatten kein Fahrgeschäft, wir haben Gastronomiebetriebe und dann bin ich mit meinem Mann zusammengekommen und dann haben wir Puzzis Lachsalon bekommen, das gehört auch noch zu uns, und 2019 die Geisterfabrik. Wie lange seid ihr mit der Geisterfabrik jetzt hier schon auf dem Dom? Wir haben zehn Tage vorher aufgebaut und seitdem sind wir da. Seit die letzten Jahre? Ja, seit 2019. Im Frühjahr hatten wir unser Debüt und seitdem sind wir da vertreten. Wir hatten ja anderthalb Jahre Pause, da konnten wir ja leider nicht stehen. Ja, genau. Jetzt geht's wieder los. Reist du da immer mit denselben Leuten? Wir versuchen es. Ja. Also wir haben gutes Stammpersonal, nur manchmal ist halt irgendwas dazwischen, dass sie leider nicht kommen können und dann müssen wir leider umzwitschen. Das heißt, gerade im Aufbau seid ihr auch ein richtig gutes Team. Kannst du mir einmal sagen, wie lange ihr für einen Aufbau braucht? Wenn wir unser gutes Team zusammen haben, dann wenn es nicht regnet, ungefähr drei Tage. Und meine größte Freude, unsere ganz größte Freude ist halt, andere Personen glücklich zu machen. Mit dem, was wir tun. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Für uns ist es halt sehr wichtig, dass wir auch die Leute begeistern können. Wir sind von unserer Sache sehr begeistert. Das ist krass, weil da stehen nämlich fast nämlich alle, sagen das ja nicht und ich stehe da auch richtig hinter. Ja, das ist ja für uns wichtig, ne? Ja. Hallo. Boah, die werden richtig hochgefahren, siehst du? Ich habe einen Laser. Your name? Hi, my name is Alex. Alex? Ja. Christian. Tschüss mal. Tschüss, Alex. Das ist ein richtiger Fahrschuh hier. Ja. Wow. Wow. Richtig geil. Yes. Wow. Macht den Schwenk. Das kommt ein bisschen mit Weißen hier. Ja. Das ist hoffentlich nicht so schnell, ne? Ein bisschen schon, glaube ich. Nein, glaube ich nicht. Das ist ein bisschen gar nichts runter, aber nicht doll, ne? Ja. Ja, ne. Das ist ja auch welche hinter uns. Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Ja, das ist ja gar nicht. Ja. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Ich habe hier schon ein paar Trepper gelandet. Wow, 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 wow. Hast du ihn erwischt? Ja. Sehr gut. Da vorne, knallt ihn ab. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Krass. Krass! Mach dich bereit! Endgegner, ne? Ha, ha, ha. Wuhu ho ho ho! Wir haben ein Land- und Leute-Erlebnishof in Besselhurn, also das heißt Osterlort, das ist in Dithmarschen und der ist ganz toll, der ist super für kleine Kinder geeignet und ja, das ist ein Landerlebnis sozusagen, ne, also es ist ein Erlebnishof, wir haben viele Kabelschäfte, aber wir haben auch Hüpfburgen und Tiere und Tretboote kann man bei uns fahren, das ist wirklich ein tolles, ja. Und ein Tritt ab wieviel Jahre? Der Eintritt ist ab zwei, aber man kann natürlich auch unter zwei kommen, wir haben ganz viele Fahrgeschäfte für kleine Kinder, denn wir persönlich, also ich und mein Mann haben ja auch zwei kleine Kinder und in dieser Corona-Krise irgendwas mit den Kindern zu unternehmen, war halt sehr, sehr schwierig und deshalb ist uns die Idee gekommen, dass wir auch gerne was mit unseren Kindern machen möchten, so möchten auch andere Leute was gerne mit ihren kleinen Kindern machen. So, ihr konntet ja eine halbe Jahre nicht auf dem Dom, was hast du da gemacht? Die Geisterfabrik, die hat gestanden, die hat vor sich hingestanden und getrauert, dass sie nirgends nur stehen durften. Ja, umso mehr gefreut, dass sie heute hier stehen durften. Genau, natürlich. Wir wollen gerne raus und wir möchten gerne unserem Beruf weiter nachgehen und das ist uns halt wichtig. Ihr habt ja auch eine Menge Spaß an der Sache. Genau. Sonst würden wir es ja auch nicht tun, denn das ist ja kein Job, das ist unser Leben. Bist du damit zufrieden mit den Besucherzahlen jetzt gerade? Also passt das so für dich? Ja, also ich bin positiv überrascht. Ich dachte eigentlich, dass es weniger werden durch diese ganzen Regeln und diese ganzen Testereien und geimpft und nicht geimpft. Aber dafür bin ich ganz positiv überrascht, dass doch so viele Leute gekommen sind, relativ viele, und dass sie sich wirklich sehr gut benehmen. Und sie sind halt sehr erfreut an der Sache, dass es alles funktioniert. Sie sind sehr glücklich und man freut sich auch. Die Leute sind wirklich sehr positiv und sie freuen sich hier zu sein und es ist wirklich toll. Hamburg ist auf jeden Fall auch sehr dankbar, dass ihr hier seid. Ja. Und wir haben uns mega gefreut, dass es dieses Jahr auch wieder stattfindet. Ja, das merkt man auch wirklich. Die Leute sind sehr ausgeglichen und sie sind wirklich sehr nett und es ist toll, sie freuen sich und es ist alles gut. Genau, wir waren hier nämlich Karre 4 und ihr seid Karre 7 gewesen. Nee, A1. Ja, 7 waren wir. Ach so. Ja, ja, also ihr wart auf jeden Fall 7. Und wir haben richtig abgeräumt. Ihr habt richtig abgeräumt. Ihr wart auf jeden Fall die Stärksten hier. Wir überleben auf jeden Fall eine Zombie-Apokalypse. Wie fandet ihr es mit der Fahrstunde hochzufahren? War ich ein bisschen mulmig? Nö. Er war der geilste, weil er hat uns schon vor dem Fahrtantritt eigentlich komplett erstmal… Die beiden sind ein bisschen schreckhafter. Die haben schon geschwitzt, bevor es los ging. Ja, das ist richtig cool. Er hat sich auch vorgestellt. Alex, so heißt er, ne? Wo geht die jetzt noch rein? Das ist erst die erste Runde. Wir wollten jetzt auch mal schauen, was noch so… Ja. Und wir müssen auf jeden Fall noch was essen. Und es ist riesig. Ich will mir auf jeden Fall noch ein Bier holen. Ist auch gut. Ist auch ein Schnitzel. Zwei Bier sind auch ein Schnitzel. Genau richtig. Okay, viel Spaß heute. Auf jeden Fall, danke. Tschüss. Tschau. Danke, danke. 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 Danke, vielen Dank. Danke, vielen Dank. Danke, vielen Dank. Danke, vielen Dank. Und ich glaube, 2016 waren wir das erste Mal auf dem Dom. Was für Kräfte wirken auf einen, wenn man bei einem Katapult schreibt? 4G. Wenn man im richtigen Moment quasi kopfüber von oben runterkommt, hat man 4G auf dem Körper, kurzzeitig. Wie lange sind eure Auf- und Abbauzeiten? Ach, das ist unterschiedlich. Also den Aufbau können wir in einem Tag schaffen. Meistens brauchen wir zwei Tage mit der Pflege und Reinigung und Wartung. Die Abbauzeiten sind auch unterschiedlich. Wenn es sein muss, geht das ziemlich fix in 3 Stunden, aber im Schnitt sind es 4. So, dann hüpfen wir rein, ne? Bitte. Viel Spaß, danke. So, alles ab, Hügel zu, es geht los. So, alles ab, drehen wir es auf, komm mal, schnurig ist zurück. Wie viele LKW sind nötig, um das Katapult zu transportieren? Zwei. Wir fahren durch ganz Deutschland. Also wir fahren jetzt als nächstes nach Hamm und wir kamen von Hannover. Bitte. 20 Euro, viel Spaß. Was zahlt ihr an Strom, wenn du hier eine Händabrechnung machst? Oh, das weiß ich nicht ganz genau, aber ich schätze zwischen 2.000 und 3.000 Euro Minimum plus den Verbrauch, den wir noch an dem Wohnwagen haben. Also ich denke, irgendwo so 4.000 Euro werden wir machen. Das Gewicht von dem Fahrgeschäft liegt bei 40 Tonnen. So, alles auf, Ringerwechsel, neue Trübe am Borrante, bitte Platz nehmen. Viel Spaß, danke. Was habt ihr selber jetzt die 1,5 Jahre gemacht, wo ihr nicht auf den Dom konntet? Nichts, wir haben zu Hause gesessen, wir haben unser Karussell gehegt und gepflegt, wir hatten teilweise ein paar Renovierungsarbeiten, die waren aber relativ rasch fertig und wir haben wirklich nur rumgesessen und konnten unserer Arbeit nicht nachgehen. Wir haben quasi dann bei jedem Dom gehofft, dass der Senat dann sagt, okay, wir machen es. Richtig, richtig, genau. War das bei manchen Ecken auch frustriert, ich glaube, ihr könnt fünf oder sechs Mal nicht am Dom teilnehmen. Ja, ja, total, total frustrierend. Also das zieht einem jedes Mal wieder neu den Boden oder den Flüssen weg, wenn sowas abgesagt wird. Ja, mit dem Ergebnis sind wir eigentlich für den Umstand zufrieden, auf jeden Fall. Also ich hätte eigentlich mit weniger gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Also war schon okay. So, wir starten, fahren Sie. Okay. Viel Spaß. Okay. Okay. Let's starten. Yeah. Okay. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020